Versteht ihr dat? Versteht ihr dat? Österreich muss gehen. Versteht ihr dat? Versteht ihr dat? Im Finale werden wir stehen. Versteht ihr dat? Wir spielen weltmeisterlich und müssen doch eigentlich doch nur Europameister werden. Meine Fresse! Hör mal, ihr da von der Nationalmannschaft, ne? Wenn ihr da genauso schön spielt, wie eure Weibers aussehen, nein, nein, dann wird dat auch was. Ach so, und falls einer von euch den komischen Vogel da sieht, hier den Netzer oder wie der da heißt, hör mal, dann sagt die mal, was der da an der Vierner hat. Hör mal, dat ist doch keine Versurlichkeit. Da muss man was machen. Hör mich auf, du. Ne, komm. Versteht ihr dat? Der Poli macht die Pülle rein. Versteht ihr dat? Versteht ihr dat? Den Pokal bringt die Jungs heim. Versteht ihr dat? Denn sie spielen weltmeisterlich und müssen doch eigentlich doch nur Europameister werden. Ne, hör mal, wenn du jetzt hier, nein, wenn du jetzt mit der Musik hier so langsam machst, meine Fresse, dann hab ich keinen Bock mehr. Nein, dann mach das jetzt aus. Nein, aus jetzt. Wenn dann nur nochmal zackig. Also, komm, noch einmal zackig und ruckzuck, schneller. Versteht ihr dat? Italien wird auch verlieren. Versteht ihr dat? Versteht ihr dat? Die Franzosen werden wir blamieren. Versteht ihr dat? Wir spielen weltmeisterlich und müssen doch eigentlich doch nur Europameister werden. Mein Befressen! Meine Fresse! Ne, komm, jetzt machst du wieder hier auf langsam. Ne, hab ich keinen Bock mehr drauf. Komm, ich hab keinen... Mach aus! Schluss jetzt! Aus!